Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt hier seit früh kurz nach sieben im Einsatz. Die Außentemperaturen sind gefühlt eher frisch. Und wir erleichtern Leuten den Start in den Tag mit einem Kaffee. Und dazu gibt es natürlich immer noch was zu lesen. Also unser Ziel ist natürlich, dass niemand die Wahl verschlägt.